Willkommen Hallo und herzlich willkommen Bei einem neuen Part von Wincroft Ja, in meinem Kopf der Babone Hele hier sein, wenn ich geil bin Und ich bin hier oben Hahahahahha Grüß Herzlich Willkommen zurück Ja, Wohl Poising the Quest Ja, 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 Ja Der am besten ist runterfallen Ich habe auf den Tisch gehauen und die Maus hat es verzogen Alter, wir erfaschen die Schlucht runter Loll Quatschen, Junge Kann ich dich eigentlich heilen? Ja, aber erst später Was ist denn das dann gerade für ein Skill, den ich da mache? Wo kann ich das nochmal sehen? Wo kann ich meine Skills einsehen? Da, wenn du beim Kompass gehst Und dann auf das Eisenschwert Oder was du da auch hast Die Rüstung Habe ich, ja Und dann Was steht da? L ist Main Attack Und dann Neutral Damage Total Damage Ach, auch R, L, R ist Heal Spell Aber 0 bis 0 Ist das Mist Äh, was? Ich habe auf R, L, R Habe ich einen Heal Spell Der macht aber 0 bis 0 Ja Seid ihr aus Scham gesagt Achso Mit dem machst du ja kein Scham Ja, mit R, R, L, R Du musst ja Rechtsklick, linksklick, rechtsklick drücken Ja Aber wenn wir keinen Scham haben Kannst du auch die Zeilen Alles klar, ok Ok, ich bin einfach Hinter dir Storytelling Findet jetzt nicht wirklich statt Da, holt jetzt Einfach schlagen Ah, ok Und jetzt Ja Ja Ah, ok Das ist überall Ja Ah, und jetzt Ah, alles Also Also wie viel hatten der Äh, hi Man muss ja Irgendwie muss man dem Dock des Poids, den Poison-Ding da geben, oder? Ja Ja, im Wasser Ähm Äh Na, Katze, im Kind Ah, boah, Alter Ok 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 Ich bin jetzt schon wieder hin Wo bist du jetzt schon wieder hin? Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ah, hier zu telefonieren Ah, hier zu telefonieren Ah Und das ist Sprinkler-E-Mail, die halt am Anfang waren Die halt am Anfang waren Aua, au, au Aua Ok, Questbook updated, alles klar Ja Boah, lol Ähm Was passiert gerade? Ich schwebe in der Luft Ja, das ist so passiert Ah Ja, der ist ein bisschen Rage, die halt gerade bei League of Legends verloren Ach, ist das Zero? Ach, ist das Zero? Nee Das ist ein Verwandter von Zero Hä, lol? Na, das war die Quest Ok, aber einsammeln kann man hier jetzt wahrscheinlich nix, wa? Nein Ok 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 Ok, dann geh ich jetzt einfach wieder raus, wa? Ja Ok Und auch mit ihm sprechen Ja, klar, hab ich Bei einigen fest wird das auch gefordert, dass du den dann letztendlich mit ihm sprichst Ok, perfekt So So Als nächstes, halt ich bin auf dem Kompass nicht noch ein Buch Buch Guck Assistant, oder? Ja Also, mach mal Cookie System Es sei denn, die ist nervig, dann machen wir eine andere Ich check sowieso nix, also ich überlasse jede Entscheidung, ob die nervig ist oder nicht, ok? Wer wäre ja gleich erfahren Ich kann mich noch erinnern, in der ganz früheren Zeit, wo die vier einzigsten Items sind Schere Äh, ne Schaufel Boog und Holstding Warn Für die ganzen Klassen Oha, ok Oha, ok Kein Text Das sah noch nicht einmal so aus, sah Breakdyser tatsächlich richtig langweilig aus Ok, wo bist du? Ich bin in der Stadt Ah, ok, ich seh dich Perfekt Hallo Brightboots kann ich nur mit nutzen Ähm Ne, ich brauche Combat, brauche ich Level 7 für meine Hose So Zwei Eier Bucket of Milk Und Unprocessed Ja, das geht, das geht Ok, ja Ich komme einfach mit, ok? Ja Und zwar hat er gerade einfach nur gesagt, ey, yo, in der Nähe hier ist eine Farm Äh Das hat er alles, bring mir mal bitte ein paar Sachen mit Alright Boah, den Baustil finde ich ganz geil Das finde ich cool Das ist super Ja? Ist cool Kommt alles auch erst richtig super mit dem Texture Pack Ja, das stimmt allerdings Weil es jetzt recht schön warm ist Ja So Und jetzt neuer Tag As the Sunrise ist, wie viel A little bit safer Ja, aber gut, wir hatten 10, also kriegen wir keine zu, hier Ja Das ist Ausgang Nummer 2 von Rackney Das ist eigentlich auch eigentlich ein recht beliebter Weil du wirst es gleich sehen Ok Man kann auch äh lauter Secrets in den äh Landschaften finden Oh Die halt dort zur Vor den ganzen Königreichen war Ok Ähm Mit dem müssen wir nicht sprechen wahrscheinlich, oder? Noch nicht Ähm Mit der Ist ne Sie Alles klar, ok Das ist 2009, ja Alright Aber du weißt, was das ist, oder? Ok Ich hab noch nicht zu krass drauf geachtet, um komplett ehrlich zu sein Oh, ich hab noch nen Start gefunden Guck mal rau Moment Ja, ja Ok, ich komm Auf das riesige Konstrukt Da Kann Was Was sagt es aus? Was kann es sein? Ja, Kerker, oder? Gefängnis? Ist ein Dungeon Mhm Und ich hab Legendary Chestplate gefunden Oha Nice Das ist auch schon das Maximum, was man finden kann Oha, und du hast das jetzt schon gefunden Ja Heftig Hm Also wie ich es jetzt aber auch gelesen hab Vorher so in der Beschreibung Aaaaah Dass man nur ne maximale Anzahl, ne begrenzte Anzahl an Holz oder so was, an Items halt mitnehmen kann, ja Ja Ja, bis das Inventar voll ist Ach jo, dann war man Inventar vorher voll gekommen Ja Gibt's da nen Lagerplatz oder so was? Bank Bank Ja Ja Äh, Bruder, wo bist du? Ich bin auf der Katoa Ranch Tue schon ganze Sachen Ähm, holst du das für mich mit, oder muss ich da... Ich muss was... Ich muss so alles alleine machen, tatsächlich Okay, aber wo muss ich denn hin? Äh, sagen wir mal so, wo bist du gerade? Muss ich da einfach nur den Weg runterlaufen, oder? Ich bin noch bei dem, bei dem, bei dem Dungeon Ja, dann entgegengesetzte Richtung Also wieder zurück Ah, okay, ich seh dich, ich seh dich Ach, du bist weiter... Nein, nicht da... Ah, okay, 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 okay Ach man, ich bin so doof, ja, okay, alles klar Ja Ich hab da schon, äh, Milch und, äh, Eier geholt Okay, ich nehm mal an Crop, Raffinerie, nein Cool, nee Ähm, oh Na, für die Eier musst du Hühner töten Töten? Ja Loll Und für mich muss ich Kühl töten, oder was? Nee, die kannst du kaufen Ah, nein, okay Und Weizen kannst du ja auch abbauen Okay, wie viele Eier brauchen wir? Zwei Zwei Alles klar, alright Teleport scroll, aber was schmeiß ich jetzt weg? Weed string Kann ich wegkicken wahrscheinlich, oder? Ich brauche eins Ich brauche die Junk-Items, äh Äh, mit Bucket brauche ich eine, oder? Ja Alright, dann habe ich jetzt auch zwei Eier, eine Milch und dann? Brauche ich noch? Äh, Weizen Wie viel? Äh, drei Stück Ja, ich hab acht Unprocessed Ja Alles klar, hab ich Habe ich alles klar Unprocessed Unprocessed Ja Okay Äh, ist da Äh, die untradable item darunter? Ja Ist das Falsche? Oh Muss halt, muss, mach einfach nochmal A Ah, okay, alles klar, dann bräuch ich jetzt da drei Stück, okay Äh Ja, das weiß man einfach nur dafür gab, weiß er noch im Tutorial Alles klar, okay Äh Ja, der versucht das jetzt so aufzuheben, aber das kann er nicht Okay, alles klar, gut Okay, dann hole ich jetzt nochmal das normale Weizen Ich dachte jetzt halt, dass das Weizen noch vom Tutorial zählt Warte, ich habe jetzt erst zwei Ähm Was ich halt recht schön finde, ist das eigentlich, äh Okay, bin fertig Weizen, Gemüse, ETC, halt zwei Blöcke großes statt ein Ja Also pass auf, ich habe jetzt drei Weizen Dann habe ich ein Milcheimer, zwei Eier Ja, ist richtig Also gut, dann können wir durchziehen Und dann machen wir noch schnell die, äh 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 Ja, gut aber Was wir haben, haben wir, oder? Wir Wenn wir sterben, haben wir In zweitens, oder? Auch nice Der Schlüssel wird verbraucht Und wenn du stirbst, Pech gehabt Ja, gut, aber macht Sinn Weil, lol Was hast du da gehabt, mit der Kiste? Ja, mit der Natur kann man looten, da war nur ein Emeralds drin. Ah, okay, nice. Hast du vielleicht rechts an der Seite Objectives? Ja. Die kannst du zum Beispiel machen für mehr Loot und mehr Money. Musst du aber nicht machen. Ah, okay. Finish Quests, Loot Chests und Gather Resources. Ja, damals war, als es zum ersten Mal eingeführt wurde, da war ich halt dabei. Ja. Richtig scheiße, man. Okay. Kannst du auch nicht mehr sprinten? Ja. Sprinten kann ich. Da war gerade wieder so ein Bob, aber die Typen haben den gekillt hier. Ja, das war zu schnell. Scheiße. Oh, Schikaken. Glückwunsch. Oh, please empty some space. Oh man, echt jetzt? Direkt gegenüber ist ne Bank, wo du das Ganze reinpacken kannst. Wenn du's nicht wegwerfen willst. Okay, hier. Ausgang. Emerald. Direkt mit den Ender Chests reinpacken. Ach, Ender Chests. Ähm. Ja. Ach, hier. Oh, nice. Okay. Und, äh, wenn du genug Geld hast, kannst du die erweitern. Hm. Also, ich pack mal das Rotten Flash rein. Diese Chain pack ich rein. Bei mir ist das bisschen problematisch. Spider Fang. Bei mir ist das ein bisschen problematisch. Weil bei mir ist Slot 1, äh, voll. Slot 2, Slot 3. Ah, nee. Da ist noch ein Platz frei. Ähm, die Copper Ore, die muss ich jetzt noch wahrscheinlich erstmal verarbeiten, oder? Ja. Ah, guck, das ist untradeable item. Die, das Holz schmeiß ich weg, ja? Weg. Weil, das ist ja vom Tutorial noch. Ich habe... Ich will nur mal sagen, äh, wie weit ich bin. Meine Ender Chests hat, äh, ne Erweiterung von... Elf Seiten. LOL. Und alle, fast alles voll. Da war Bob, da war Bob, der hat ein, äh, Emerald gedroppt. Glaub ich. Na. Ja, ein Emerald droppen alle, aber das muss die Träne sein. Na, warte, ich guck mir das mal an. Der war hier in der Gasse, war der, glaub, irgendwo drin. Oh, der Emerald, der wird aber wahrscheinlich weggeloadet, oder? Ja, da. Ah, okay. Erst nach 5 Minuten... Ach so. ...kanns weggeloadet. Ah. Wie gesagt. Nein, 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 okay, 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 okay. Also, das heißt auch, wenn ich was kille, was ich gekillt habe, kann das da 5 Minuten liegen, bis es jemand anderes aufheben kann. Okay, nice. Okay, wir haben jetzt einen Royal Cake Slice. Ja, das ist ein Heil-Item. Nehme ich erstmal mit, oder? Nehme ich erstmal mit, oder? Zum Heil-Trank. Ja. Alles klar. Das ist, äh... Das ist, äh... Ich hab noch einen, äh... Ich hab noch einen, äh... Ich hab noch einen, ähm... Ja, sag uns doch. Einen, an die... An... Warn, ich bin so behindert. Ja, genau. Ein, ein Stab noch. Kann man gleich machen. Oh, guck mal, hier ist ein Lootbox. Das ist... Ja, das kriegst du die Lootbox. Oh, da ist... Was ist, was ist das? Was? Co-Gluated... Clot... Es ist Clot. Nein! Clot! Da steht wirklich nur C-L-O-T. Ohne H. Oh. 2 bis... Plus 2 zu 3... Health Regen... Regeneration. Was ist das? Ähm... Ähm... Was ist das für ein Item? Hat das... Unsere Antwort... Ich kann's nicht auch sammeln. 5 Minuten Delay machen. Mit, äh... Shift-Rechst-Click? Äh... Kannst du Trade machen. Vielleicht noch mal sehen. Ja, Alchemie. Ah, okay. Alright. So, und da ist die Dig Quest. Mhm. Ich hab schlechte Erinnerungen mit der Quest. Okay. Ja, ich hab mich ja zweimal festgepackt. Äh! Ah, was willst du ruhig? Aber nach bald wissen sollte der Back aufgehoben sein. Warte. Äh... Anni, in der Nähe von Deadlars, okay. Ja, warte mal, du kannst hier nicht runde gehen, weil es blockiert wird. Ja, von Deadlars kommen wir dann hierher. Das Deadlars ist eine andere Stadt. So, ich geh mal zum Alt-Videnten. Äh, beim Falt. Ja, ich komm mit. Ich muss so aufhören. Aber die Sprintanzeige, die ist echt immer ziemlich schnell leer. Oh. So... Nach... So wie es mir mein Gefühl so sagt. Ja, an sich ist es auch schnell leer. Okay, für die legendäre, äh, Rüstplatte, muss ich 66 Emuards bezahlen. Oh, ich hab rein theoretisch so viel, wenn du brauchst. Ich auch. Okay. Und das ist auch schon eine, was ich benutzen kann. Bless to Reference. Ja, wenn du, äh, bei deinen Waffen und bei deinen Rüstungen, äh, noch ein Sternchen ziehst... Heißt... Welche Sternchen... Heißt... 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 Wo kann ich jetzt nochmal Waffen und sowas verkaufen? Weil der Stab ist jetzt noch besser. Äh... Blacksmith... Eigentlich ist... äh... Bei all dem, glaub ich? Da steht da Sell Items. Mhm, alles klar. Perfekt. Ähm... Bei meiner Kursplatte zum Beispiel, ich setze plus 3, äh, Sternchen-Sternchen-Defense. Okay. Ja, wenn, äh, hinter den Zahlen noch Sternchen sind, heißt es, du kannst es nochmal identifien, um diesen Effekt zu verstärken. Oha. Okay. Okay. Okay, ne, okay, das hab ich jetzt hier tatsächlich noch nicht. Äh... Ah... Schikar, wo gehen wir hin? Äh... Wie lange haben wir noch? Äh, anderthalb Minuten. Grob, also auch wegen mir zwei Minuten, drei Minuten. Ja, dann machen wir einen Cut. Ja, machen wir das. Der vergesst bei mir, äh, zu stoppen. Achso, ja ne, du nimmst, ich hab gedacht, du nimmst eh immer komplett auf, oder? Ja, aber ich hab jetzt aus Versehen den Part und den Part vorher gemeinsam aufgenommen. Oh, okay. Okay. Okay, du klopst die jetzt auch mittlerweile One-Hit weg, oder? Ne. Also... Ne. Ne. Ne, okay. Ne. 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 Wo gehen wir hin zum Schluss machen? Zum Item Identifier Aber ich habe schon gerade kurz Angst bekommen, dass du mit mir Schluss machen willst Bruder Das hätte ich nicht dir überstanden Das mache ich morgen Na Arschloch Die Zombie Hühner Die Bösen Hühner Das allgemein Das weiß man einfach, dass es die bösen Hühner sind Hühner sind böse Hühner sind Gift Das ist falsch Hat da jemand endlich mal ein paar Sachen angekommen? Ja, da hat er endlich Aber ich glaube ich habe ein Dolch für dich gefunden Wenn mich jetzt... Hey! Oh lol, Fire Zombie Ach du Scheiße, ich habe das gar nicht gecheckt Ich glaube ich habe da ein Dolch für dich gefunden Wenn mich jetzt nicht alles täuscht Warte mal, Shift, Rechtsklick Trade Hier, ein Speer Ist das was für dich? Ja, Ninja Behalt den Behalt den Warum? Depressing Der macht 0-1 Ah Alles klar Am besten nicht wegwerfen, weil der ist wichtig für eine Quest Achso, nö, dann behalten Also auch nicht verkaufen, einfach behalten Auch nicht verkaufen Alles klar Okay Ja, dann machen wir hier einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge, oder Shiggy? Ah, Skill, Moment, aah Ich gehe halt Intelligenz, gehe ich jetzt voll drauf, also Keine Ahnung, auch auf andere zu gehen Okay, ja, ich habe jetzt mal 12 auf Intelligenz Warte mal, ich kann das ja einfach Ach, für zwei Soul Punkte kann ich das resetten Uch Ja Ja, ne, das lasse ich erstmal, oder? Besser ist Warte, da ist der Loot-Chest Muss ich noch nie machen Okay Ich werde mich dann wahrscheinlich durch diese Stundenaufnahme durchfressen Scheiße Okay Also, ähm Ja, mein Herrschig Haken Dann Cool, korrekt Macht mir mega Spaß Du hattest wirklich recht Es ist mega geil Die Zombie-Invasion ist da Oh, was hat, was, was ist da gedroppt? Die Feuer-Element Wuuu, Use Fireball Fett Okay Können wir den Passwirt machen? Ja, alles klar machen wir fertig Okay Ähm, ich danke dir für's Projekt Projekt mega geil Ich freue mich auf mehr Meine lieben Freunde Macht's gut Hau da rein und bis dann!